Da stöhnt einer. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal da rauf. Ja, da stöhnt einer. Wo stöhnst du? Da! So, ähm, ja, wir suchen immer noch nach Volleyball-Bällen. Zwei Stück brauche ich noch. Und genau unter mir ist einer. Aber wo genau, weiß ich nicht. Und ich bin vorher runtergesprungen und bin zu weit runtergesprungen. Das heißt, ich springe jetzt mal da her. Boah, nicht runterfallen. Ja, da ist einer. Okay. So, und dann haben wir noch... Irgendwo ist noch einer. Okay, da steht meine Karre. So, und jetzt wollen die Hunde wieder rein. Okay, bin gleich wieder da. So, ja, für die, die den letzten Teil nicht gesehen haben, ich spiele es jetzt ja gleich weiter. Die Hunde wollte im letzten Teil raus. Und ich habe vorausgesagt, dass sie wieder mal rein wollen. Wuppa! Ich muss das Ganze auch durchforsten. Sonst wäre es ja nicht ich. Da ist einer. Wo? Schon wieder ein Ding Zeugs, Bums. So, Kanone. Ich treffe nicht. Zack, zack. Ich glaube, ich treffe nicht. Ne, ich treffe nicht. Meine Kanone trifft. Die macht den ganzen Schaden. Du verbrennst schon. Du brauchst noch einen Schuss. Zwei. So, aber jetzt. Yes. Und auf Wiedersehen. Okay, der hat mal einen Schuss gebraucht. Wir laden mal nach. Ah, wo, 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 wo bist du? Zack. Ein Cockpit. Und? Ne. Da ist er noch. Jetzt aber. Ja. Ja. Wo seid ihr alle? Da waren doch noch welche. Da stöhnt einer. Okay, gehen wir mal weiter. Ah, gehen wir mal da rauf. Ja, da stöhnt einer. Wo stöhnt du? Da. Okay. Okay. Ich muss meine Sniper-Kapazitäten erhöhen. Das nächste Mal, wenn ich in Sanctuary bin, darf ich nicht vergessen. So, ich schalte mal wieder auf die Pistole. Upsi. Ups. So, da ist jetzt wieder irgendwo ein Volleyballball. Da. Nein. Das ist ein Benzinkanister. Okay, zwei. Jetzt brauche ich nur mal zwei Volleyballbälle. Da haben wir was zum Einsammeln. Muni, Muni. Aha, das ist wieder oben. Wie komme ich da rauf? Kann ich da rüber springen? Ja. Okay. Okay. Komme ich da rüber? Ja, komme ich. Sehr gut. Da liegt er, ich weiß, aber... Six Granaten werfen. Das ist fast alles. Dreh jetzt nicht durch. Nein, ich drehe nicht durch. Der ist eh ganz in der Nähe. Wo ist der? Warum hänge ich da? Okay, gibt es da Feinde? Ich meine, ich weiß schon, dass die immer auftauchen können, mittlerweile. Da unten ist er. Warte, aber da, da, da habe ich gesehen, Kiste. Ja, ist ja wurscht. Nehmen es mal. Verkaufen können wir es immer noch. Vor allem muss ich jetzt ja ein bisschen aufs Geld schauen, weil ich ja so oft sterbe. So, und da war... The last. Ah, hi. Und stirb. Danke. Achso, da sind noch mehr. Warte, ich gehe mal ein bisschen in Deckung und schalte auf die Sneaper. So, wo du sein darf? Ja, der rollt sich ab. Und da. Okay. Komm, lad nach. Ja. Oh, ah. Okay. Tut mir echt leid. Das muss echt... Ja, das muss irgendwie wehtun. Das sehe ich ein. So, dann haben wir den letzten Volleyballball. Jetzt tränke ihr Volleyball-Netz mit Treibstoff und kauf dir die Bassanne. Okay. Wo ist das Volleyball-Netz? Das kann man öffnen. Aha, okay, da wäre jetzt ein... Da wäre jetzt was zum Heilen drinnen. Da ich mich aber regeneriere, brauche ich das ja nicht. Gut. Okay, ähm, ja. Da können wir noch looten. Warte, nicht mehr Sniper. Ich mache das da. Ah, da. Sie haben mich rausgeschmissen, weil sie mich für einen Penner halten. Aber du, du, du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Das dürfte sie aufgescheucht haben. Jetzt ist Schluss mit eurem lahmarschigen Zeitloppenvolleyball, ihr Arschgesichter. Ich muss, Samen streuen bitte raus. Mann, ohne Hemd. Scheiße, das sind die Typen, die mich rausgeschmissen haben. Au, 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 au. Ich bin fast tot. Ah, fuck. Okay, ich bin jetzt... Hab jetzt den getötet. Wahrscheinlich war das meine Kanone. Und deswegen neue Kraft erhalten. Aber ich sollte jetzt ganz schnell irgendwo hin. Ganz schnell. Wuhu. Wuhu. Okay. Und in Deckung gehen. Bin ich da? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin ganz weit weg. Haha. Sie haben mich verloren. So, jetzt erholen wir uns einmal. Wuhu. Okay. Mein Fernseher hat sich mittlerweile abgeschalten. Und ich habe es nicht mal bemerkt, weil ich so konzentriert war. Ich muss jetzt kurz auf die Zeit schauen. Okay, wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen. So. Das Regenerieren ist schon genial. Das Regenerieren ist schon, schon, schon genial. So, da haben wir da Pistolenmunizierung. So. Ich nehme wieder die da, weil die habe ich jetzt nur genommen, damit ich das Netz verbrennen kann. Macht die hemdlosen Typen alle. Okay. Warte, ich probiere mal zu snipern. Okay. Nummer Uno. Und. Könntest du stehen bleiben, bitte? Nein, nix Granate. Okay. Der versteckt sich. Diese Trottel hast du ordentlich eingedost. Komm zurück. Mach ich. Passt. Eridium. Wuhu. Okay. So, und jetzt machen wir uns dann wieder auf den Hauptquest. Aber das machen wir sicher im nächsten Teil. Ich schaue mich da noch ein bisschen um. Sammle ein, was zum Einsammeln ist. Aha, mit der habe ich nicht geschossen. Scheint so. Okay. Ob da irgendwo was cooles versteckt ist. Die Anlage ist so genial. Ich glaube, da oben bin ich gestanden, wie ich aufgehört habe mit dem letzten Teil. Okay, da ist noch Muni, Muni, Muni. So, wo muss ich jetzt eigentlich, wo müsste ich jetzt eigentlich hin, wenn ich wieder heim will? Also, zur Elli, zum, wie auch immer der Typ heißen mag. Ich laufe mal zu meinem Auto. Aha, das scheine ich tatsächlich gesäubert zu haben. Also, äh, wo ist mein Auto? Auto, 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 da, da, genau da steht's. Okay, vielleicht ist da drüber. Da! Nö. Da! So, okay. Ah, da sind jetzt wieder neue. Achso, ich bin jetzt in der falschen, ich bin jetzt in der falschen Ding drinnen. Okay, 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 ja. Wo ist, ich seh dich nicht. Ah, da bist. Du, mit deinem komischen Schädel und dann diesem komischen kleinen Ding, das da rauskommt, das ist so grauslich. So, kann ich da jetzt einfach? Nö. Wie komm ich denn da wieder raus? Ah, Returgang. Nö. Wo? Okay, ich steig wieder aus und spring da einfach raus, aber ich muss ja dann unmittelbar zu einer Catch-a-Ride-Station, weil ich ja dann wieder tot bin. Und ich mag nicht wieder Kohle verlieren. So, warte mal, schauen wir mal. Okay, wir laufen da her, da nehmen wir dann Catch-a-Ride. Da springen wir raus und besorgen uns. Ist das ein Klo? Das ist ein Klo. Habe ich dich getötet, oder? Weil die liegen ja normal nicht so lange da, wenn ich sie töte. Okay. Aridium? Nö. So, gucken wir mal. Nee, ich muss da noch weiter. Hä? Äh? Äh? Nee, ich kann da nicht drauf springen. Watt-Sniper. Und... Sniper. Ach, da ist eher noch einer. Ah. Da ist ein Goliath. Der versteckt sich immer noch. Zack. Wo bist du? Ah, da. Zack. Okay. Inseldeckung. Okay. Ah, okay. Ah, da vorne sind dein Gefährte. Brauche ich gar nicht zu Fuß. Wir laufen, wir laufen, wir laufen, wir laufen,« ganz schnell, laufen, 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 ganz schnell. Wo ist diese Catch-a-Ride-Station? Da. Wir laufen, wir laufen, wir laufen ganz schnell. Zu der Catch-a-Ride. Zu der Catch-a-Ride. Da ist's. so fahrzeug respawnen fahrzeug teleportieren ok los geht's jetzt können wir heim jetzt bin ich wieder befahrzeugt und sterbt da nicht gegen euch zu fuß und kann mich heimwärts zu elli begeben ich häng da treff nicht treff nicht da ist ein auto 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 ja 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 lach nur du bist gleich unten von da oben wenn es weiß das war jetzt aber eine spider end die ich da umgefahren habe ja ja okay wo bin ich da gelandet nein wo bin ich da jetzt gelandet nein ich bin wieder ich bin wieder da oben bei den typen das gibt es ja nicht okay gut dann dann ja dann wisst was ich höre jetzt auf und müsste eigentlich wieder bei der elli rauskommen oder wir schauen uns das mal an wir gucken uns das an das heißt ich sage jetzt dass das ist eventuell wenn es funktioniert der vorteil davon dass man sich nicht aussuchen kann wo man also dass man nicht speichert und dann dort rauskommt wo man gespeichert hat also könnte man es einmal zu unserem vorteil nutzen das heißt ja ich wünsche euch einen wunderschönen vielen dank dass mit dabei war es am nächsten teil geben wir dann den quest ab und ja habe die ehre